Es ist 5.19 Uhr. Elotrans, wenn du jetzt nicht Kicks, haben wir Probleme im Früh. Elotrans. Dieses Durchfallmedikament wird in den sozialen Medien gerade überall gehypt. Als mutmaßliches Wundermittel gegen Kater. Das Pulver wird in Wasser gerührt und soll den Körper bei Durchfall mit Mineralstoffen, sogenannten Elektrolyten, versorgen. Dafür enthält es eine Mischung aus Zucker und Salz. Auch wenn man Alkohol trinkt, kann der Körper zu viel Wasser und Elektrolyte verlieren. Aber hilft das Mittel jetzt wirklich gegen Katerbeschwerden? Mittel wie Elotrans können zwar den Wasser- und Elektrolythaushalt ausgleichen, aber für den Kater sind noch weitere körperliche Prozesse zuständig. Das heißt, komplett wegzaubern können sie ihn auch nicht. Und vor allem verhindern sie nicht die Langzeitfolgen von Alkohol. Alkohol ist ein Zellgift, das auf Dauer den Magen, das Gehirn und die Leber schädigt und das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkte, Schlaganfälle und Krebs erhöht. Noch dazu kann Alkohol süchtig machen. Der beste Schutz vor einem Kater und möglichen Langzeitfolgen bleibt aber gar nichts zu trinken.